Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Hier ist die Schwester von Vivian. Jetzt sagt euch mal, Vivian, was wir machen. Also wir... Das ist übrigens nicht geschafft. Wir werden heute die zweite Folge hier spielen. Wie gesagt, es kommen ja zehn Folgen. Bis alle Räume aufgefüllt sind. Nicht wundern, ich esse gerade dabei. Ähm, hier diese russische Brotdinge. Und ähm... Ja, Tag zwölf müssen wir jetzt schaffen. Und wir fangen jetzt mal an. Tag beginnen. Start. So, Leute. Also es will wieder eine Sendung schauen. Erstmal legen wir es aufs Bett des Kindes. Oh, da ist schon wieder die Tochter, der wir die Haare dann machen müssen. Ah, da ist der Baby. Kleiner Frosch. Und jetzt hier rein. DVD-Player. Und jetzt freut er sich. Yay, yay, yay. Jetzt müssen wir das Baby nehmen. Ich glaube, ich weiß auch, wo das ist. Hier, oder? Da drin und da. Play. Zwei, drei, eins. Okay, und eins, zwei, drei und eins. So, geschafft. Jetzt muss ich das Baby hier reinlegen. Und schnell der Tochter die Haare kämmen. So. Der Tochter, der Tochter, der Tochter. Zack. So. Und nochmal ein Haar. Und jetzt legen wir die Haare bis hier auf den Boden. Okay, die liegt da. Das will ich mir merken. Und jetzt machen wir den Kind noch. Ähm, die nächste Aufgabe. Okay, sie will den grauen Elefant. Weißt du, wo der ist? Da auch. Ich weiß auch, wo der ist. Doch, das ist der Richtige. Und zack. Hier bitte. So. Leute. Und die nächste Aufgabe. Wir brauchen den Schnuller. So, Schnuller. Abwaschen. Und dem Baby geben. So, die nächste Aufgabe ist jetzt nur noch schlafen. So, und jetzt haben wir auch schon wieder Tag 12 geschafft. Und wir haben wieder 66 bekommen. Und ich wende ich das da bitte. Und ja, wir haben schon die Hälfte vom Geschenk. Also bis dahin kriegen wir den Geschenk, wenn wir 100% haben. Und ja. Da hinten ist unsere Tochter. Und was passiert jetzt eigentlich, wenn ich jetzt einfach nur normalerweise, auch wenn ich jetzt gerade nicht spiele, die Haarbüsse hernehme, den Kamm. Und jetzt so. Die stand ich mal da, hey. Okay, so kann ich ja auch Haare machen. Du sagst Stopp, okay, wenn du das gut findest. Stopp. Okay. Das ist jetzt so ein Haar. Da oben, da oben musst du mal hingehen. Warte. Jetzt werden wir erst mal hier mal schauen. Und jetzt können wir auch mal die Frisur wieder ändern. Ich will nämlich eine andere Frisur. So, und wir haben die Frisur bekommen. Ich wette, wir kriegen grün. Uah. Iiiiihihi. Okay, na gut, wir nehmen sie. So, blaue Augen passt dazu. Und Brillen passt die blaue dazu. So, Leute. Beginch. So, Touch Reizen. So, also erstmal müssen wir sagen, coolen Baby hier die Windel wechseln. Und zwar nehmen wir die Windel wieder. Und machen die hier rein. Jetzt ist es noch schwieriger, da wir Hunger haben und uns gleichzeitig auch noch um die Tochter kümmern müssen. So. So, Babypuder. So. Rauf damit. Fein lassen. Lassen. Was zu essen. Wir müssen zur Tochter. Das ist Autowitz. Aber erstmal muss ich meiner Tochter hier die Haare geben. Darum musst du. Weil ich muss, weil das die Aufgabe ist. Sonst verliere ich hier. So, komm zur Tochter schnell hin. La, 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 la. So, kriegt sie hier zwei Zöpfe. Ups. So. Und jetzt haben wir auch schon wieder Hunger. Jetzt müssen wir was essen. Das Baby. Nein, wir. So, jetzt haben wir nicht mehr Hunger. Jetzt müssen wir das Baby kommen weiter. So, wir bauen das rote Auto hier. Das geben wir dem Baby hier schön mal. Aua. So. Ist die da? In der zweiten... Ja, natürlich. Ich hab's da hingelegt. So, was wird's als nächstes? Okay. Ins Spielraum. Gut. Spielen. Okay. Eins. Zwei. Drei. Okay. Eins. Zwei. Drei. Hä, ich hab's nicht geschafft nochmal. Nee, ich muss mein Baby hinsetzen. Ich muss jetzt was anderes machen. Ich muss jetzt zur Tochter gehen. Schnell. Wo ist die Bürste? Ey, das ist so anstrengend. Und wir kriegen dafür nicht mehr Zeitverlängerung. Wie unfair. Ja. Und wir haben ganz der Hunger. Oh, Mist, ey. Noch ein Pfirsich. Noch ein Apfel. Und noch ein Apfel. So. Wo hab ich das Spielen? Okay. Ach, Mann, dieses Spiel. Ja, weil ich's nicht geschafft hab. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Yes, ich hab's geschafft. So. Wir haben schon. Was willst du denn jetzt machen? Du brauchst dein One Up in a Sunny Day. One Up in a Sunny Day. Das ist bei der Schwester. Ja, warte. Mach ich gleich. Ich brauch noch was zu essen. Sonst schaff ich das hier nicht. Und ich muss wieder zur Schwesterin. So, da kann ich ihn gleich mitnehmen. Scheiße, wir haben nur noch 50 Sekunden. Das schaff ich nicht. Da muss ich halt nochmal machen. Ist mir jetzt auch egal. Ich muss es hier schaffen. So, fallen lassen. Und Sunny Day. Hier. Es war... Wir haben Hunger. Scheiße, hat's geschafft. Super. Schlafenzeit. Wir müssen uns beeilen. Dann schaffen wir das auch noch mit dem Hunger. Scheiße, den können wir nicht nehmen. Dann machen wir das jetzt ins Bett. Wir haben es geschafft. Juhu. Okay, wir haben diesmal 52 bekommen. Und ich will es mal wieder nicht verdoppeln. Und... Ja, Leute. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch haben die zwei Tage gefallen. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.